Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarox. Schön, dass ihr eingestellt habt zum neunten Vlog, zum neunten Vlog. Ich glaube, es ist der neunten Vlog. Yeah, schön, 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 schön. Ja, meine Freunde, heute mal was anderes als wie bla 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 und Video angucken, sondern wir machen heute was ganz schönes. Und zwar habe ich hier schon was und ich glaube, die Amy weiß schon Bescheid, denn sie geht schon so ein bisschen in Deckung und zwar, weil sie saß. Das nennt man Bürster für den Hund und hier so ein Handzüner. Und zwar ist Cameron angesagt. Die Amy ist jetzt nicht so ein riesen Fan davon. Sie mag es zwar irgendwie ja schon, weil es angenehm ist und so ein bisschen wie eine Massage ist und danach fühlt sie sich auch immer sehr wohl. Aber so richtig geil findet sie es jetzt auch nicht. Aber es ist ja eine notwendige Sache und das werden wir jetzt tun. Ja, also wir sind fertig. War gar nicht so schlimm. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt mehr raus, aber ich zeige euch noch, wie viel es geworden ist. Das ist die Beute. Wahrscheinlich werden die meisten sagen, wow, wie viel das ist. Aber es ist tatsächlich gar nicht mal so viel. Da kamen schon öfters mehr raus, als wie das hier jetzt. Und ja, aber die Amy hat sich ganz gut angestellt. Sie hat ein bisschen am Ende gezittert. Sie mag es nicht. Also sie ist jetzt nicht so der Fan davon. Aber danach freut sie sich immer, weil sie erstens weiß, dass sie ein Leckerli kriegt und zweitens fühlt sie sich danach natürlich auch wieder wohler. So, ich habe eine Waage dabei. Ich möchte wissen, meine lieben Freunde, bis zum nächsten Video könnt ihr jetzt kommentieren und schätzen, was die Wolle oder das Fell wiegt. Glaubt ihr, es ist weniger als ein Gramm? Glaubt ihr, es ist genau ein Gramm? Oder glaubt ihr, es ist mehr als ein Gramm? Also die Waage kann ein Gramm anzeigen. Ja, also ab einem Gramm kann sie anzeigen. Und ich bin gespannt, was ihr schreibt. Wie gesagt, es ist weniger als sonst. Viel weniger. Aber ich weiß, dass dieses bisschen schon etwas wiegen kann. Ja, weil da ja auch viel Dreck drin ist und so. Aber es ist mehr als ein Gramm? Schauen wir mal. Ja. Und somit kommen wir heute zum letzten Part. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Heute ist Mittwoch? Mittwoch. Genau. Ich habe ganz viel noch zu tun. Sehr viel zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute alles schaffe. Aber ich habe echt viel zu tun heute. Und ja, aber ich freue mich drauf, denn das Wetter ist gut. Und ich lege jetzt los. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.